Nein, nein. Ich muss mich nicht fürchten. Deine Gäste wollen sich musikalisch vor dir verneigen. Wir haben eine Wetten, dass All-Star-Band gegründet. Und zuerst möchte ich Udo Lindenberg und Gluese reinholen. Oh, Udo. Udo macht sowas ja selten und ungern. Udo für mich. Genau. Und ich bitte auch alle anderen Gäste. Haber Kerkeling, David Garrett, Otto Walkes, Dirk. Und ja, alle, die mitmachen möchten, bitte ein Mikrofon. Udo, das ist groß. Wladimir. Das glaubt mir keiner. Andrea. Das ist deine Verraschung. Das ist aber nett. Jetzt, Mensch. Auf meine letzten Tage fällt euch noch richtig was ein. Du musst dir von hier auf antworten. Ja, ja, ich wäre... Als in noch ein jöner Mann was. Und schon damals gut dabei warst Als Top-DJ bei Bayern 3 Im Mikro in der Tasche War der Schnack in deinem Masche Und immer n guten Spruch dabei Überall, da steht geschrieben Nur bist ihr immer treu geblieben Trotz Welterfolg bliebst du normal Nur nicht bei deiner Kleiderwahl Auf nem Sofa in der Runde Superstars in allem Munde Hier wurden Träume wahr Und auch wir waren immer gerne da Und du machst dein Ding Egal was die anderen sagen Du gibst deinen Weg Ob gerade oder schräg Das ist egal Tommy macht dein Ding Egal was die anderen labern Egal was die anderen labern Lass dich doch mal Egal so ran Das ist egal Tommy macht dein Ding Danke Danke Das war ein Lied für euch Danke 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 Das war eine süße Überraschung, also es hieß immer, es kommt eine Überraschung. Ich bin kein Freund, weil ich irgendwie, ich weiß immer gerne, was auf mich zukommt, aber sowas lässt man gerne auf sich zukommen. Und es war eine entscheidende Überbrückung, die wir ohnehin gebraucht hätten. Also, danke meine Damen und Herren, das werde ich euch nie vergessen. Gibt es das auf Platte? Kann man sich das runterladen? Ja, ist schon, okay. Ihr kennt mich doch. So, Dankeschön, Udo.